Musik Jetzt geht's los mit etwas Verspätung. Wattenscheid stößt an die Hausherren in weiß mit schwarzen Streifen von links nach rechts und auf der anderen Seite die Gäste aus Strahlen in den giftgrünen Auswärtstrikots. Die Wattenscheider lauern aber sehr auffällig vorne Casalino, auch Sané auf rechts. Greifen aber auch nicht wirklich hoch an, lassen die Giftgrünen bereitwillig in ihre Hälfte kommen. So, da ist der Käpt'n Päfken, kann einfach in den Strafraum spazieren, wird nicht angegriffen. Und da ist das Tor für den SV Strahlen. 1 zu 0 für die Gäste. Da ist es endlich, das so lang ersehnte Tor. Da ist das dritte Saisontor für den SV Strahlen überhaupt. Es war gut herausgespielt, es ging ein Solo-Lauf vorher vom Kapitän von Päfken. Und da war es der Neuzugang, Kenan Dünbal Turan, der sich feiern lassen darf. Jetzt vielleicht mal in Ruhe was aufbauen. Nein. Päfken dazwischen. Das machen sie jetzt gut, die Strahlen. Also sie kommen richtig ins Fußballspielen. Und da ist es 2 zu 0. Wo kam das denn plötzlich her? Marco Cirillo müsste der Torschütze sein. Ich habe es gerade noch gesagt. Strahlen drängt jetzt mehr auf das 2 zu 0 als Wattenschein auf den Ausgleich. Und sie werden gar nicht attackiert. Und dann der satte Schuss vom Rand des Sechzehner. Sie brauchen ein Tor. Den Anschlusstreffer, denn sie haben durchaus die Gefahr. Da will ich gerne den Namen Heller nennen, der hier am Ball war, dass da nochmal was passiert. So wie hier. Und da trudelt der Ball ins Tor. Und da ist das 3 zu 0 für den SV Strahlen. Ich habe es gerade noch gesagt. Wattenschein immer mit der Gefahr, das dritte Tor zu kassieren. Und jetzt ist es soweit. Und was war das für ein Treffer? Da sieht natürlich Neufeld in seinem ersten Spiel für Wattenschein nicht gut aus. Und die nächste Chance für den SVS. Auf der rechten Seite wäre Heller. Aber nein, er macht es alleine. Geron Vicario. Und das ist das 4 zu 0. Jetzt fällt die SGW völlig auseinander. Große Lücken in der Defensive. Jetzt haben sie den Gästen nichts mehr entgegenzusetzen. Da startet er seinen Lauf. Geron Vicario wird nicht verteidigt. Auch keine Chance für Neufeld, für den es ein bitteres Debüt ist. 4 zu 0 für Strahlen. Schiedsrichter Thibaut Scheer checkt nochmal, ob alles okay ist. Und pfeift diese Partie dann an. Rödinghausen fahren rechts nach links in weiß und grauen Hosen. Die Münsteraner in die andere Richtung. In den markanten grünen Trikots. Die Einwechselspieler sich warm halten, um dann in die Partie neu zu kommen. Da ist der erste Ball in die Tiefe. Detas, Detas. Geht vorbei. Und Tor! 1 zu 0, Preußen-Münster! Und das ganze Spiel innerhalb von 10 Sekunden auf den Kopf gestellt. Die Preußen kommen wie die Feuerwehr aus dem Tunnel. Und Torben Detas vollendet diesen langen Ball zum Führungstreffer. Schauen wir nochmal, langer Ball, guter erster Kontakt. Schafft sich Platz und dann, zack, maßgenommen zwischen beiden Verteidiger durch. 1 zu 0. 1 zu 0. 1 zu 0. Im Bongo Boehle steht parat und fängt an. Dann im Gegenzug die Aachener haben noch ein Faustspiel gerade bekommen. Haben aber auch da aus dem Freistoß nicht viel raus machen können. Jetzt Bugler auf der anderen Seite. Und da ist das 1 zu 0. Auf Zeit von Bocholt, André Bugler mit dem Tor. Es tritt an, Marc Beckert. Hat die Möglichkeit, hier das 2 zu 0 zu machen. Und da ist es. 2 zu 0 für den 1. FC Bocholt. Und damit für wahrscheinlich den Sieg. Der 1. FC Karmarinborn in rot-schwarz von rechts nach links. Matuschik. Jetzt mal mit ein bisschen Platz. Superball. Auf Schlösser und der Henni mit. Und da ist das 1 zu 0. Da ist die Führung aus dem Nichts für den 1. FC Düren. Da der Superball auf Matuschik. Der hat da ein bisschen Wiese vor sich. Und dann die Reingabe von Schlösser. Und dann ist das der Treffer hier zum 1 zu 0 von David Bocholt. Und somit steht es hier 1 zu 0. Viel zu lepp, stehen da so halb hoch oder hoch rein zu chippen. Und jetzt Düren über Oman Basic über rechts. Guter Ball da. Sucht wieder David Bocholt. Direkt mit dem Abschluss. Und da ist das 2 zu 0 für Düren. Und dann dieses Billard, dieses Ping-Pong für die Gäste des 0 zu 2. Wir schauen noch auf. Der Abschluss ist super. Und dann hat Jendrusch den Ball eigentlich ticken zu spät. Aber die Situation noch reißt. Guter Ball von Schlösser. Und der Abschluss unter das 3 zu 0. Das gibt es ja gar nicht. Hier hat er viel zu viel Platz. Findet er fast zwei Leute. Und dann ist es Kühnel, der an den Ball kommt. Und aus spitzem Winkel das 3 zu 0 für den Gastgeber erzielt. Henry Matta da jetzt auch am Anschlusskreis. Stößt an der SV Lippstadt in Weiß von rechts nach links. Der Wuppertaler SV in Rot-Blau-Geschreif von links nach rechts. Rodriguez Pires. Heiz verlängert. Das 1 zu 0. Leon Schweres. Rodriguez Pires mit der Ecke. Wir sehen es hier nochmal. Tobias Peitz verlängert. Und Leon Schweres hält irgendwie seinen Fuß dahin. Und dann trudelt der Ball ins Eck. Kevin Rodriguez Pires tritt an gegen Christopher Balkenhoff. Und Eiskalt verankert. Und Eiskalt verankert das 2 zu 0 für den Wuppertaler SV. Nach jetzt 27 Minuten. Kevin Rodriguez Pires tritt an und verletzt Christopher Balkenhoff ohne große Probleme. Und jetzt ist Phil Halbauer erstmal allein auf Weiterfuhr. Philipp Hanke kommt. Kann er ihn stellen? Halbauer! Der lange Schlag nach vorne. Den Halbauer hat gar keiner auf der Rechnung gehofft. Keine Zuordnung. Und der zieht einfach mal durch. Dreht Phil Hanke dann ein bisschen ein. Und dann ein satter Schuss rechts unten in die Ecke. Ohne jede Chance. Kürze und Siegen! Ufo kommt nicht an den Ball. Und jetzt Güla. Im dritten Versuch macht er es endlich. Serhat Semih Güla. Und was ein katastrophaler Fehlpass in die Füße von Güla. Und dann zum dritten Mal alleine vor Christopher Balkenhoff. Und da aller guten Dinge ja bekanntlich drei sind, macht er ihnen endlich das erste Saisontor. Hecke. Jetzt darf es sich mal ein anderer versuchen. Nick Galle. 76. Spielminute. Und nachdem ich eben gesagt habe, der Deckel ist halb drauf, jetzt ist er ganz drauf. Die Entscheidung im Stadion am Zoo und wieder ist es eine Standardsituation. Zweimal nach einer Ecke, einmal per Elfmeter. Die Standards entscheiden hier dieses Spiel zugunsten für den Wuppertaler SV. Ecke von Hagemann, die kann in der Mitte gar nicht geklärt werden. Der Ball flippert zu Nick Galle und der nimmt sich die Zeit trotz des Gewühls und haut das Ding. Der nach 76 Minuten dann das 4 zu 1 markiert nach einer Ecke. Drei Standardsituationen, die hier den Sieg für den WSV bedeuten. Kevin Hagemann jetzt nochmal, kann Moritz Montag mitnehmen. Der hat auch nochmal die Chance. Montag, der Trudel zum 5 zu 1 rein. Ende aus Micky Maus. Der Schiedsrichter Florian extra pfeift ab. Schöner Schlusspunkt für den Wuppertaler SV. Moritz Montag mit seinem dritten Saisontor. Mit viel Glück und Fortunen belohnt sich der Wuppertaler SV mit diesem Tor noch zum Abschluss in der 90. Minute. Neunter Spieltag in der Regionalliga West. Der SC Wiedenbrück empfängt die U23 von Borussia Mönchengladbach. Der Lovic mit dem Ball in die Tiefe. Mäuer ist da. Mäuer mit der Möglichkeit geht an Ölscher vorbei. 1 zu 0. Müsel war es. Die Nummer 36. Müsel trifft hier zum 1 zu 0. Für die Gäste nach 66 Spielminuten. Ein wenig aus dem Nichts. Der Spieler aus der Profimannschaft belohnt sich für eine gute Leistung bis jetzt. Loma. Auf Kap dann. Hat sich hier sehr gut eingefügt. Üsing auf Teleschuss. Der geht in den Strafraum. In die Mitte. Rutskes. Das 1 zu 1. Und das ist verdient. 69. Spielminute. Und wieder ist es die Nummer 18. Richtig gute Kombination über die rechte Seite. Und dann Ziele-Schuss. Der eingewechselt wurde. Hat die Übersicht. Spielt den Ball flach in die Mitte. Und Rutskes erzielt seinen fünften Saisontreffer. Kemper. Müsel. Mäuer. Müsel. Wieder auf Telalovic. Da geht ihn in den Strafraum. Der muss den Abschluss finden. Den findet er auch. Und er trifft zum 2 zu 1. Nach 75 Spielminuten für die Gäste. Tor Nummer 5 für den 22-Jährigen. Mäuer. Müsel. Und dann ist er ganz frei. Die Defensive überhaupt nicht sortiert. Bisschen verspätet. Aber jetzt kann es losgehen. Schiedsrichter Weller hat die Pfeife im Mund. Und gibt das Spiel frei. Der 1. FC Köln stößt an. In Blau von links nach rechts. Die Gastgeber. Wie man es kennt. In Rot und Weiß von rechts nach links. Hat das erste Sontor der Alna gemacht. In Wuppertal beim Auswärtssieg. So. Kraus. Das ist eine super Variante. Der Ball ist im Tor. Vierte Minute. Und der Gast führt durch eine. Und ich sag's. Das ist eine sensationelle Variante. Vom 1. FC Köln. Und da hat der Standardtrainer ganze Arbeit geleistet. Zweite Möglichkeit. Und die landet gleich im Tor. Schauen wir drauf. Thomas Kraus löst sich da. Bei der Ecke gibt es keinen Abseits. Ihr wisst das. Er legt ab. Für Luca Schlacks. Und Ahlen hat mittlerweile Glück. Dass es nicht 0 zu 2 steht. Da steht es nämlich jetzt. Und das ist verdient. Ria Zmaic. Ich hab ihn eben angesprochen. Der bosnische U19 Nationalspieler bringt die zweite des FC hier mit 2 zu 0 in Front. Also wie frei steht der denn da? Da ist keine Zuteilung bei Rot-Weiß. Ja, die ist gut. 1 zu 2. Tobias Reitmeier. 55. Minute. Anschlusstreffer. Tor, 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 Tor. Mittelstädt. Klasse Übersicht. Breuer. Hat ganz viel Wiese. Beziehungsweise was man noch Wiese nennen kann vor sich. Breuer. Ganz leicht vorbei an Piel. Breuer in die Mitte. Und das ist nicht das 3 zu 1. Doch. Hendrik Mittelstädt besorgt hier das 3 zu 1. Und damit die Entscheidung. Und dann machen sie es einfach gut. Das muss man so deutlich sagen. Ihr seht es hier. Brüsicke muss den Winkel verkürzen für Maximilian Schmid. Der legt dann super ab, weil er genau weiß. Da kommt Hendrik Mittelstädt hin. Wir werden gleich sehen. Weiterhin im 4-3-3 die Fortuna. Verteidigung mit Rumpf und Scholz. Der schlägt nämlich jetzt auch eben den ersten Ball in die RwO-Hälfte. Der kommt gut. Der kommt sehr gut. Und er nutzt direkt die erste Gelegenheit auf sich aufmerksam zu machen. Assist von Angelo Langer. Und das den Wilms. Macht's per Kopf. Es klart auch ein wenig auf. Also der angekündigte Regen, der hat pünktlich zum Anpfiff aufgehört. Vielleicht auch eine gute Gelegenheit für Lunga Kraja. Er braucht nicht viele Möglichkeiten. Das hat man in der vergangenen Woche noch gesehen. Sven Kraja nutzt die Chancen, die er bekommt. Lunga legt perfekt ab mit dem Kopf. Aus der Drehung gegen zwei Verteidiger, gegen Scholz. Und da sieht Danielewitsch das erste Mal nicht gut aus. Zu weit weg von Sven Kraja. Und das bestraft er. Herzlich Willkommen aus dem Paul-Janes-Stadion in Düsseldorf-Flingern. Die U23 von Fortuna Düsseldorf empfängt heute die U23 des FC Schalke 04. Diesmal kommt der Ball auch hoch rein. Allerdings kein Problem für Dennis Gorka. Und wieder können sie Kontan, Jemjitz. Monteiro läuft in der Mitte mit. Kann er da den Ball behaupten, Jemjitz? Ja, immer noch. Jemjitz mit dem Abschluss. Und das 1-0 für Fortuna Düsseldorf in der 18. Spielminute. Das ging viel zu einfach. Gorka fängt die Ape Ecke und rollt ab auf Jemjitz. Und der läuft einfach über das ganze Feld. Und er zielt das 1-0 für Fortuna Düsseldorf. Hegerin macht sich zwar lang, kann den Ball aber nicht mehr entscheidend ablenken. Und so führen die Düsseldorfer. Und ihr Keeper hat einen Assist. Da sehen wir es nochmal. Nicht vom Ball zutrennen. Und dann kommt ansatzlos der Abschluss. Hegerin ist zwar noch dran, kann den Einschlag aber nicht mehr verhindern. Verhindern die Düsseldorfer aber, dass da ein Schalker rankommt. Jetzt aber. Jetzt vielleicht die Möglichkeit. Kozuki, geplockt. Oh, und er springt an die Latte. Marcinec war da mit dem Kopf dran. Passt auf. Sissé treibt das Spiel jetzt mal von selbst an. Immer noch Sissé. Immer noch. Und der Abschluss. Und was für ein Tor. Was für eine Bude. Von Ibrahima Sissé. Der Mann ist eigentlich Innenverteidiger. Robert De Beyer der Mittellinie. Läuft über das Feld und schlenzt den Ball in den Winkel. Ein richtig schönes Tor. Zweiter Saisontreffer für den 21-Jährigen. Und was für einer. Schauen wir uns das mal an. Da ist er auch nicht vom Ball zu trennen. Winjen jetzt beim 1-0. Und der Abschluss, der ist wunderbar. Der Ball landet im Knick. Nix zu halten für Dennis Gorka. Sané stört nochmal gut. Cialanoglu. Guter Pass in Richtung Andreas Iwan. In die Mitte. Sidi Sané. Sidi Sané. Sidi Sané. 2-2-1 für Schalke 04. Spiel gedreht. Und das war eine wunderbare Kombination. Andreas Iwan legt dann in die Mitte zu Sidi Sané. Und er trifft, wie schon in der Vorwoche, im 1-gegen-1 gegen Dennis Gorka. Das 1-2-2-Führungstor für unser nächstes der 60-Jährigen 04. Der Torschütze, die Nummer 21. Die Sané. Da zeigt er, welches Potenzial er hat. Iwan wird bedient von Cialanoglu. Und dann setzt er sich da gut durch mit einer Körperbewegung. Und legt den Ball, cool, ins lange Eck. Ist natürlich eigentlich eher was für ein Linksfuß, der in Richtung Tor ziehen kann. Trotzdem macht es Iwan. Nein, er tippt an für Müller. Wieder so eine flache Variante. Und das ist ganz nett kombiniert. Iwan herein. Und das 3-2-1. Pepe macht den Treffer. Eingewechselt für den Torschützen Cissé. Und dann trifft er selbst. Und das war wunderbar kombiniert von S04. Eine klasse Freistoßvariante für zum 1-3. Schauen wir uns das nochmal an. Der Freistoß. Iwan tippt an auf Müller. Dann bekommt Iwan den Ball aus der Mitte zurück. Flankt. Und dann ist Boboida frei am zweiten Pfosten und muss aus wenigen Metern nur noch den Kopf hinhalten. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja. Und du? Was machst du? Abonnieren.